Da müssten wir eigentlich direkt wieder nach vorne. Ach, hier ist eine kleine Borg. Die könnten wir eigentlich auch mal angreifen. Obwohl er jetzt nicht so viele Soldaten hat, die uns gerade angreifen. Dann greifen wir hier das an. Wir kommen ja nicht an diese Scheiße da ran. Und dann machen wir uns schnell wieder zurück. Ah, ein bisschen riskant. Okay, du bist ja wenigstens gleich wieder voll. Beschädigung. Sehr gut, dann fährst du mal dahin. Du tauschst dir einfach mal. Du gehst hier runter, dann nimmst du schon mal die sieben Einheiten mit. Haben wir vielleicht noch eine schnell hergestellt? Nö. Zwei Tonnen Mosketen sind hier. Und da auch. Ja, nee, jetzt sind es vier Tonnen. Dann müssen wir das eigentlich gleich... Ah, sehr gut. Fertig ausgebildete Einheit. Ja, warum kann ich die jetzt nicht nehmen? Na gut, ist auch nicht so schlimm. Hä? Oh, ich habe natürlich das falsche Schiff angewählt. Das gibt es doch nicht. Nein. So, das hier runter. Dann haben wir schon mal acht neue, okay. Da unten sind es noch sechs, von denen ich zählen kann. Also drei, vier, fünf, sechs, ja. Ey, das ist doch blöd. Wo sind denn die anderen gelandet? Dann hätten wir immerhin schon wieder mal 14. 14 haben wir auch schon verloren. Na gut. Hier mal alle da drauf. Ich weiß gar nicht, ob das die stärksten sind, aber ich meine Mosketen. Ich denke mal, die Kanonen müssten stärker sein, aber Mosketen können ja auch nicht so schwach sein. Ach, hier, das gehört jetzt uns, ne? Dann können wir das mal wegmachen. So ein schandelnder Fleck. Oh Gott, hier, die ganzen, der arme Soldat hier und hier ist auch noch einer. Wir könnten die ja theoretisch mal einsammeln. Oh, dann hätten wir zwei Soldaten mehr. Das bringt es ja noch nicht. Aber ich hätte hier oben lieber zwei mehr als zwei weniger. Das muss ich ja ganz ehrlich mal zugeben. Aber gut, 1083 wohnen hier nur noch. Ich speichere nochmal ganz kurz. Ja, so, es müsste jetzt schon mindestens so eine Woche, zwei Wochen rum sein vom neuen Jahr. Wie war es denn? Erzählt doch mal. Wie war denn das neue Jahr? Seid ihr gut gestartet? Und haben wir schon wieder Schule? Ich wohne ja in Hessen. Da gibt es zum Glück, habe ich vergessen hier, drei Wochen Weihnachtsferien. Also habe ich noch zwei vor mir. Also jetzt habe ich noch anderthalb vor mir ungefähr. Und viele von euch ja nur noch eine halbe. Und wenn ihr das hört, habt ihr eh gar nichts mehr vor euch, glaube ich. Dann geht es endlich wieder in die Schule, Mensch. Okay, hier lang? Nö. Hier sind noch Soldaten, okay. Und ich hoffe, dass ich heute nicht so ins Mikrofon gepuzzelt habe. Aber egal. Das stört mich immer selbst ein bisschen. Ich höre mich ja nicht. Ich habe kein Kopfhörer auf oder so. Ich höre mich gerade nicht reden. Also klar, höre ich mich reden, aber nicht, wie es sich an PC anhört. Und deshalb könnte manchmal hier dieses dabei sein. Jetzt habt ihr es wahrscheinlich gehört. Okay, das sind... Und ja. Ich versuche das eigentlich schon die ganze Zeit zu ändern, aber irgendwie klappt das Ganze nicht. Alter, wie lange brauchst du denn? Ganz ehrlich. Fahr mal schnell, yo. Das dauert ja ewig. Ei, 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 ei. Eia, mach ich gleich. Ach, 102.000 haben wir übrigens, sehe ich gerade. Schon gar nicht, ich bin mir gar nicht einmal aufgefallen. Haben die 100.000 erreicht, super. Das ist... Ach, nee, das ist es gar nicht. Hier kommt es dann ganz langsam angefahren. Dann können wir auch ein wenig mal die Wachtürme hier unten angreifen. Dann sind die schon mal weg. Ach, guck mal, er baut hier schon. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben. Habe ich ja schon mal gezählt. Es sind noch sieben. Gewürze sind mangelbare. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Na. Keine Angst, wir greifen gleich zurück an. Und ihr lauft mal da runter. So, was machst du? Du sollst das angreifen. Ist ja klar. Wir müssten ja eigentlich theoretisch... Es sind zwei gegen 14 Kanonen. Eigentlich müssten wir die Oberhand haben. Oh. Hallo. Warum kann ich denn... Ach so, herr, komisch. Da war ich gerade nicht auf dem Kampfmenü. Ist auch ein bisschen komisch. Alter, der hält aber doch einiges aus. Gut, das war's. Dann ist schon mal einer weg. Nur noch sechs. Gleich hat er neu gebaut wahrscheinlich. Und ihr kreift den jetzt mal an. Alter, 16 Einheiten. Oder 20 Einheiten hatten wir jetzt. Jetzt haben wir 14. Was? Ein Schiff wurde repariert. Sehr schön. Dann komm mal ganz schnell runter. Ganz schnell vor allem. Eigentlich... Jetzt können wir den direkt schon wieder zum Reparieren schicken, ne? Ne. Du gehst jetzt das Meer hoch und zerstörst... Zerstörst bitte die beiden Türme. Alter, ihr sollt da alle mithelfen. Was macht denn er da? Ach so, er hat nur noch ein Schwert. Okay. Ja, Gott sei Dank. Wie viele sind es noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun oder zehn. Warte, wie schnell das geht, ne? Nein, das ist kein eins, zwei, drei, vier. Also es sind echt nur noch neun. Wir haben doch jetzt nicht schon wieder fünf Einheiten verloren. Das kann doch nicht wahr sein. Aber drei Türme sind weg. Ja gut, ich weiß nicht. Soll ich jetzt noch warten oder soll ich die direkt angreifen? Neue Einheiten sind bereit. Neue Einheiten sind bereit. Ich glaube, ich warte erst nochmal. Aber hier unten. Hier unten kann man jetzt warten, ohne dass wir uns angreifen, glaube ich. Naja. Okay, speichern. Das wär's. Wir können ja nebenbei mal die Insel erkunden, ja. Sehr schön. Alter, er hat... Oh, was ist jetzt? Ja gut, ne, er hat es vorkommen. Echt? Er hat ja einfach frech einen neuen gebaut. Alter. Unser Schiff so zu sehen, äh, so zu sehen, das macht mich schon drüber. Hier machst du noch fertig, dann machst du dich aber ganz schnell wieder hier hoch. Ganz schnell vor allem. Das wird wahrscheinlich jetzt stundenlang dauern. Im Ersatz dazu kommt ja schon das Schiff. Und wir schicken auch mal, glaube ich, jetzt langsam mal das Schiff hier hoch. Kräft das einmal schön an. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, zwei Termino, ne? Oder, ne, eins, zwei, drei Termino noch. Der hier sitzt, der in der Mitte. Ich zoome ein bisschen an. Der hier, der sitzt richtig unangenehm. Ja, das kann sein. Das kann natürlich echt sein. Okay, und sonst haben wir keine Einhändler. Oh, wir haben echt nur zwei Einhändler ausgebildet. Eines unserer Schiffe wird angegriffen. Ja, na toll, ist jetzt auch nicht so die Welt. So, jetzt wird mal die große. Das hier wird mal angegriffen. Dann können wir das direkt angreifen. Warte, dann gehen wir mal hier runter einfach. Überprüft eure Handelsrouten. Machen wir mal, machen wir mal. Ach ja, toll. Die Brücke da gehört natürlich noch nicht in unseren Einheits... Nein, 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 nein. Er geht hier lang. Können wir das angreifen? Das wäre eher ein Traum. Sehr gut, sehr gut, okay. Dann können wir mit viel Glück... Hier können wir das nochmal angreifen. Ach nee, hier sind ja zu viele... Boah, das gibt's doch nicht, weißt du. Hier sind wieder zu viele Bäume, dann können wir das nicht angreifen. Und wenn wir da hin wollen, dann müssen wir hier die Straße langen. Und dann müssen wir auch an dem anderen Turm vorbei. Das bringt's also auch nicht wirklich. Aber das sind doch mehr als neun gerade, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Da bin ich blöd, eben war es doch nur neun. Dann stellt euch mal nicht so blöd zusammen. Okay, und den Turm vielleicht? Ja gut, okay, das war zu viel. Das ist gut, aber dann könnt ihr hier die zwei Dinge nochmal angreifen. Und die Burg vielleicht? Da hinten den Turm, der ja schon wieder neu gebaut hat. Ja, es regnet nicht. Also ganz ehrlich, ey. Auch hier unten regnet es nicht. Ja gut, hier haben wir jetzt nicht so eine große Ernte. So, dann greift mal das da hinten an. Er ist der Einzige, der hier hinten lang geht, na gut. Soll er machen. Entschuldigung, wenn es ihm Spaß macht. Alter, jetzt bitte einigt euch, ja? Ich möchte da hinten nicht so viele Einheiten verlieren, nur weil ihr da nicht langkommt. Alter, das gibt's doch nicht hier, ne? Ja, zwei neue, super, gut. Okay, nicht so schlimm. Das Ding ist leider immer noch da. Können wir das da angreifen? Können wir das angreifen? Nö. Ah, den Turm können wir bestimmt angreifen, ja. Ey, das gibt's nicht, weißt du? Hier ist eine Straße, geht da bitte einfach lang, okay? Und jetzt greift das an. Alter, so eine schlechte Idee hatte ich noch nie, glaube ich, ey. Ja, hier zwei neue, die dann auch mal mit angreifen. Oh, mein Schiff hat angegriffen. Auch nicht so schlimm. Der nächste Turm ist weg. Ja, ihr drei, genau. Ich sag, genau, passt mal hier hinten auf. Greift mal die Mühle an, wenn ihr Lust habt. Natürlich nur, wenn ihr wollt. So, der ist weg. Jetzt haben wir schon nur noch drei Einheiten. Das gibt's doch nicht. Alter, nur weil ihr da nicht lang wollt, ne? Glaube ich nicht. Okay, wenigstens ist das schon mal weg. Jetzt zieht euch mal schnell zurück hier. Du auch. Also jetzt haben wir wirklich ein paar verloren. Das ist weg. Nein, aber wir können da nichts hinbauen, ne? Neue Einheiten sind bereit. Neue Einheiten sind bereit, okay. Sehr gut, sehr gut. Hier unten ist es gehört uns. Wenn das verschwunden ist. Sammelt euch mal da. Das sind jetzt aber wirklich nur noch sechs, glaube ich, ne? Ah, noch nicht mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hm. War jetzt nicht ganz so effektiv. Alter, wie oft wollen die diesen Turm denn dann noch aufbauen? Und warum greifst du? Alter. Jetzt steht so aufgepasst, wäre das Schiff weg. Oh nein, 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 nein. Nicht weiße Flagge hießen. Du sollst da. Du sollst dich eigentlich reparieren lassen. Sehr gut. Warum baut denn der da direkt immer da den blöden Turm wieder auf? Überprüft eure Handelsrouten. Mach mal. So, jetzt ist der Turm wieder weg. Wir hoffen, wir werden jetzt noch neu bauen. Ich baue das Schiff mal ein bisschen weiter weg. Ich setze das Schiff mal ein bisschen weiter weg. Okay, okay. Wie viele Einheiten haben wir oben? Zwei stehen da. Da ist eine fertig, eine fertig. Oh, wow. Weiß, ey. Vier Einheiten, ist das dein Ernst jetzt? Naja, du kannst noch mal ein paar mitnehmen, wenn du da reparierst. Du wirst doch gerade repariert, ne? Alter. Gut, gut. Hier unten fünf Einheiten. Ey, das gibt's doch nicht. Hier vielleicht noch irgendwo zufüglich acht Stück oder so. Leider nicht, nö. Eine Stunde zehn. Alter, ey. Ich wollte das jetzt mal langsam beenden hier. Beim Game-Spiel war das noch so einfach. Da haben wir mal zack gemacht, dann war der weg. Und jetzt... Ach, hier oben ist auch noch eins. Ganz ehrlich, das kommt wieder von hier an. Eine neue Einheit wurde ausgebildet. Ja, schön für die neue Einheit. Gehört mir schon irgendwas? Nö. Wenn das aber verschwindet, dann gehört uns... Dann müsste uns eigentlich so viel gehören hier. Dabei sehe ich gerade eins. Nur hier oben und da ist noch eins, ne? Also eigentlich nirgendswo. Und das greifen wir jetzt auch direkt an. Diese scheiß Gewürze, weißt du, ne? Haben wir vielleicht ein paar zu wenig gebaut, na und? Ja, ich dachte, das hätten wir schon gemacht. Haben wir auch. Komisch. Kampf, mein Freund. Willst du das gleich weitermachen? Sehr gut. Er wird es noch bereuen, dass er uns den Krieg erklärt hat. Alles klar. Los geht's. Kampf. Mensch, das ist nur eine Mauer, mein Freund. Du hast 14 Kanonen an Bord. Okay, dann greift das jetzt direkt mal an. Würde ich sagen, Pech gehabt. Er ist immer noch da. Wir müssen ja immer ein bisschen aufpassen, ja? Aber es geht zu Ende mit ihm. Er hat nur noch einen Tor. Ne, zwei hier. Die beiden. Ja, gut. Den hier. Und den hier. Jetzt hat er es gesehen, denke ich mal, ne? Das dürfte auch gleich nicht mehr sein. Und hier, ich stelle euch mal. Wir üben mal, ja. Truppen aufbauen und sowas. Wir haben da echt sieben, sieben Truppen verloren bei dem Versuch dahin zu gehen. War blöd. Oder habt ihr euch jetzt versteckt hier irgendwo? Nö. Keins der Schiffe hat eine Kanone. Super. Hier oben, wie weit bist du? Naja. Hier ist noch eine fertig. Da nicht. Null Tonnen sind hier. Wow. Hier sind auch null Tonnen. Hier sind auch null Tonnen. Hier ist eine. Naja, dann. Ah, er hat schon keine Ahnung mehr. Hä? Aber Holz müsstest du eigentlich haben. Warum hast du Fragezeichen? Warum? Warum? Eisen ist wahrscheinlich nicht da, Janne. Und? Nö. Sechs Tonnen. Ja, was ist denn los mit dir? Sechs Tonneisen sind da. 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 Sechs Tonneisen sind da.